PPP, der Provinzklassen-Podcast. Und damit herzlich willkommen zum PPP, dem Provinzklassen-Podcast. Ich bin Marvin Schmitz und habe heute wie gewohnt an meiner Seite Tim Verzaun und Christoph Heeren. Und wir blicken zurück auf ein wunderschönes Fußball-Wochenende. Nicht nur was die Spiele angeht, sondern auch das Wetter hat uns ja verwöhnt. Ende Februar, es war ja wirklich herrlich am vergangenen Wochenende. Ja, und wir hatten zwei Spiele im Paket. Und zwar einmal das Derby des FC Eupen zu Hause gegen die Union Wallon in der zweiten Provinzklasse C, das ja spektakulär geendet ist. Und dann hatten wir noch einen richtigen Kracher in der dritten Provinzklasse. Und zwar das Topspiel zwischen Rocherath, die zu Gast waren, in Sandfitt. Das war ja das Duell schwarz-weiß gegen schwarz-weiß. Tim, du warst für uns vor Ort, das Spiel endete mit einem Auswärtssieg für die Rocherath mit einem 0 zu 2. Erzähl mal, war es ein Spitzenspiel, das gehalten hat, was es versprochen hat? Zu 50 Prozent ja. Und die 50 Prozent gehen nach Rocherath. Die haben eine konzentrierte Leistung abgeliefert. War jetzt keine überragende Leistung, aber für ein Auswärtsspiel ganz gut. Vor allem ein Auswärtsspiel bei Sankt Fitt halt. Man weiß ja, dass Sankt Fitt keine Mannschaft ist, die man mal eben mit links schlägt. Vor allem nicht zu Hause. Aber Sankt Fitt gestern war wirklich schwach, muss ich so deutlich sagen. War ich sehr enttäuscht von. Man muss sich vorstellen, Sankt Fitt hatte über die kompletten 90 Minuten nicht eine einzige Torschance. Keine einzige. Ich habe nichts aufgeschrieben. Die waren nicht gefährlich im 16er, kein einziges Mal. Und Rocherath dagegen schon. Sie haben zwei Tore gemacht. Und es klingt dann jetzt auch ein bisschen hoch. Es wäre auch wahrscheinlich zu hoch gewesen. Aber hätten sie die Torschance ein bisschen besser ausgenutzt, hätten sie auch 5-0 gewinnen können. Also Sankt Fitt-Offensiv total abgemeldet. Lag das denn an der Offensive der Sankt Fitter? Oder war es eine starke Defensive, beziehungsweise auch ein starkes Mittelfeld von Rocherath, das es sogar verhindert hat, dass es überhaupt zu so Torschossen kam? Sowohl als auch. Also die Rocherather Defensive hat stark gestanden mit Kevin Sabel und Dominik Stoffels in der Innenverteidigung. Dann außen, wie gewohnt, Pierre Maréchal und Yannick Poten. Aber es hat auch viel zu tun gehabt mit dem Sankt Fitter-Pech. Also man muss ganz ehrlich sagen, der Nachmittag von Sankt Fitt gestern war eigentlich komplett zum Abgewöhnen. Die hatten von Anfang an Verletzungsblech. Ich meine, Dylan Cohn ist verletzt, Logan Dubois ist verletzt, jetzt schon seit ein paar Wochen. Dann kam hinzu, dass mehrere Spieler angeschlagen sind. Gregory Kremer war angeschlagen, Raphael Hack ist angeschlagen, Roberto Guccio hatte auch Rückenprobleme. Noah Parmottier ist nicht bei 100 Prozent. Und so kommt das halt. Roberto Guccio sollte eigentlich beginnen, hat dann aber beim Aufwärmen gesagt, ich kann nicht. Und dafür musste dann Noah Parmottier in die Startelf. Parmottier dann auch, wie gesagt, angeschlagen. Musste nach 76, 75 Minuten raus. Für Roberto Guccio, der dann trotzdem ran musste. Und schon nach einer Viertelstunde musste Raphael Hack vom Platz. Für ihn kam Eric Fuchs. Und dann ging das so weiter. Wie gesagt, Gregory Kremer merkte man an, dass er nicht bei 100 Prozent war. Am Ende war Dino Brust noch verletzt, der einen Pferdekuss an den Oberschenkel bekam. Und dann nicht mehr richtig laufen konnte. Und so entstand zum Beispiel auch das 2 zu 0 für Rocherath. Da hatte William Biermanns den Ball und lief dann nach außen. Zog dann wieder nach innen und wollte den Ball zu Dino Brust geben, zu seinem Torwart. Sah dann aber im letzten Moment, dass Dino sich gerade den Oberschenkel hielt. Wollte sich dann anders überlegen und den Ball nach vorne schlagen. Dann kam dann aber Stefan Bonga, der dann dazwischen spritzte mit all seiner Erfahrung. Und halt, wie er weiß, dass dann so eine Situation entstehen kann. Holte sich dann den Ball, passte den auf den eingewechselten Jonas Ganser. Und der machte dann das 2 zu 0. Also das kann man dann auf die Kappe des Verletzungspechs schieben bei St. Viert. Und so war das ganze Spiel. Also da war keine Schnelligkeit drin, da war kein Tempo drin. St. Viert hatte kein Selbstvertrauen. Vor allem auch dann die jungen Spieler, die dann noch nicht so oft spielen, aber dann ran mussten gegen Rocherrath. Und so kann man sich diese Niederlage dann erklären. Also kann man kurzum sagen, dass es ein sehr gebrauchter Nachmittag für den RFC Sandviert war. Ganz im Gegensatz zu den Rocherrathern, die ja dann innerhalb von 4 Tagen zweimal gesiegt haben. Zweimal zu 0. Das waren wahrscheinlich dann auch 2 richtig gute Leistungen von ihnen. Wie schätzt du sie im Moment ein? Sind sie jetzt dadurch auf so einer kleinen Erfolgswelle gelandet, beziehungsweise unterwegs? Ja, du kannst auch die Zeitspanne noch ein bisschen ausweiten. Das begann ja am letzten Freitag mit dem 4 zu 1 gegen Elso. Das ging dann direkt über in das 3 zu 0 gegen Wüttchenbach am Donnerstag. Und dann, wie angesprochen, das 2 zu 0 gegen St. Viert. Das sind auf 9 Tagen 9 Punkte und ein Torverhältnis von 9 zu 1. Das ist natürlich überragend. Und dadurch hat sich Rocherrath wieder ziemlich weit nach oben gemausert. Sie waren ja ganz am Anfang mal für mehrere Spieltage direkt Tabellen Erster. Hatten da einen ziemlichen Lauf und dann kam der totale Einbruch, wo sie dann auch teilweise runter bis auf Platz 7 gelandet sind. Und jetzt geht es wieder hoch. Jetzt haben sie 39 Punkte auf Platz 3. Femmoville auf Platz 1, 43. Und St. Viert auf 2, 42. Heiß Rocherrath ist ganz nah wieder dran. Und ich habe Jonas Röhl gestern gefragt, den Kapitän, der ja vor der Saison gesagt hat, wir wollen unbedingt Meister werden. Da habe ich gefragt, gibt es das M-Wort noch? Nimmst du das noch in den Mund, das Meisterschaftswort? Meint er, nee, noch nicht. Das habe ich am Anfang der Saison gesagt. Da habe ich da nicht recht mitbehalten. Und jetzt wollen wir uns erstmal noch ein bisschen in diesen Flow reinspielen und diesen Flow auch beibehalten. Und gucken, dass wir nicht zu früh dann dieses M-Wort in den Mund nehmen. Aber wenn Rocherrath so weiterspielt und dann auch weiterhin so ein Glück mit den anderen Resultaten hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass in drei, vier Wochen dieses M-Wort dann wieder in aller Munde ist. Rocherrath beweist damit ja eigentlich das, was viele Trainer schon vor der Winterpause gesagt haben, aber wir ja auch vermutet haben. Die Mannschaft, die jetzt richtig gut rauskommt, die kann dann auch nochmal oben angreifen, obwohl Rocherrath ja auch gefühlt schon abgeschlagen war. Aber jetzt vor allem auch mit den Ergebnissen der Mannschaften, die da eben oben drin stehen, mit seinen Fit, die Punkte liegen lassen. Mit Fimmer will jetzt auch die am Wochenende nur unentschieden gegen Elsenborn gespielt haben. Das zeigt dann schon, dass so eine richtige Serie am Anfang jetzt von 2019 einen nochmal richtig da vorne rein spülen kann. Absolut. Und der Vorteil von Rocherrath, wenn man es so nennen kann, war halt, dass die Pause so lange gedauert hat. Dadurch haben sich die ganzen Langzeitverletzten wie Jonas Röhl, Dominik Stoffels, Kevin Fein wieder komplett fit machen können. Und man merkt halt, dass Rocherrath wieder komplett ist. Da ist kein Spieler, der noch verletzt ist. Da sind vielleicht ein paar Spieler, die noch nicht bei 100 Prozent sind. Aber keiner ist mehr da, der aus dem Kader gestrichen werden muss, weil er verletzt ist. Jetzt mussten sogar Leute gestrichen werden, weil sie zu viele haben. Und das ist natürlich ein Riesenluxus und auch ein großer Vorteil. Und das ist das, was Rocherrath jetzt wieder nach oben bringt. Aber trotz der guten Phase, die Rocherrath im Moment hat, ist ja wahrscheinlich das Wichtigste jetzt eine gewisse Konstanz. Denn um in dieser Top 6 in der dritten Provinzklasse zu bleiben, sind wahrscheinlich große Fehler, beziehungsweise mehrere Wochen hintereinander mit sehr vielen Punkten, die man liegen lässt, ein absolutes Tabu oder nicht? Weil sobald man wahrscheinlich jetzt in dieser Phase, wo ja dann noch acht beziehungsweise neun Partien zu bestreiten sind, da darf man es sich wahrscheinlich nicht erlauben, diese Top 6 zu verlassen, indem man, wie gesagt, Punkte am Fließband liegen lässt. Das könnte doch dann am Ende teuer werden, oder? Absolut. Wir haben ja jetzt sechs Mannschaften, die quasi noch um den direkten Aufstieg mitspielen können. Wenn man da Fehler macht, dann sind auf jeden Fall schon mal drei mindestens an ihr vorbeigegangen. Und dann wird es schwierig. Dann ist auch die Frage, ob du es überhaupt noch in die Aufstiegsrunde schaffst. Das ist dann, das ist eine super spannende Situation. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das echt Druck darstellen kann. Und dann gerade für eine Mannschaft wie Sanfid, bei der dann nur junge Spieler dann auf dem Feld stehen, eben wegen dem Verletzungspech, kann das auch vielleicht zu viel Druck werden, oder nicht? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und was ich halt noch faszinierend finde in dieser Saison ist, dass keine Mannschaft wirklich so eine Art weiße Weste wahren kann. Jede Mannschaft, die da oben steht unter den Top 6, hat irgendwann mal sein kleines Tief gehabt. Sei es durch viele Unentschieden, wie bei Sanfid am Anfang der Saison zum Beispiel, oder wie bei Rocherath, die halt den kompletten Herbst verpennt haben. Bütchenbach zum Beispiel hat jetzt in 2019 noch keine ansprechende Leistung gezeigt. Also da ist keine Mannschaft, von der man sagt, die dominiert die dritte Provinzklasse nach Belieben und steht halt seit August an, da ganz oben. Und das ist wirklich, wie du sagst, Christoph, eine super spannende Situation. Die dann leider das Ende haben wird, dass einer die zwei weinenden Augen haben wird, weil einer dann ja, wie gesagt, aus den Top 6 leider nicht mit in die Aufstiegsrunde gehen darf. Einer wird natürlich über beide Augen strahlen, weil sie dann direkt aufsteigen. Dann bleibt spannend zu sehen, wer das wird. Wir hoffen natürlich aus ostbelgischer Sicht, dass es zwei ostbelgische Vereine schaffen, beziehungsweise einer dann schon mal Meister wird. Da jetzt die Frage, Meister werden, Tim, wem traust du es denn aktuell am meisten zu, Meister zu werden? Keine Ahnung. Also wirklich, wenn Femmowil jetzt gestern gewonnen hätte gegen Elsenborn, dann würde ich jetzt, glaube ich, sagen Femmowil, weil sie halt dann auch ihren Lauf fortgesetzt hätten. Aber, ja, wie ich gerade gesagt habe, jeder strauchelt mal, auch gegen Mannschaften von unten. Jetzt war es halt gestern zum Beispiel dann Femmowil. Und von daher kann ich es absolut nicht sagen. Ich hatte am Anfang der Saison gesagt, Rocherrat. Damit lag ich ja zeitweise komplett daneben, wie mit vielen Tipps, die ich Anfang der Saison abgegeben habe. Wo ich weiterhin recht mit habe, ist, dass Holtfani und Bütchenbach oben drin stehen und Bödingen leider unten. Damit wollte ich eigentlich gar nicht recht haben. Aber ansonsten sieht das ziemlich schwach bei mir aus. Aber vielleicht habe ich ja nachher sogar noch Glück und Rocherrat wird noch Erster und dann hätte ich damit recht. Also ich kann es absolut nicht sagen. Ich kann deine Frage immer noch nicht beantworten. Ja, das mit den Tipps, das ist so eine Sache. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. Bitte nicht. Aber zuerst springen wir dann eine Klasse nach oben, den Christoph und ich, wir waren ja ebenfalls unterwegs. Unsere Reise war nicht ganz so lang wie die von Tim. Wir waren beim FC Eupen zu Gast. Dort ist gestern das Derby gestiegen, das man schon sehnlichst erwartet hat. Der FC Eupen trat an gegen die Union Wallon. Ja, und das Spiel endete am Ende 5 zu 3. Es endete in einer Fassung, die wirklich atemberaubend war. Es fiel in Tore, 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 denn die erste Halbzeit war ziemlich mau. Zur Pause stand es noch 1 zu 0 für die Union Wallon. Christoph, erzähl mal, wie war denn die Schlussphase für dich? Ja, die Schlussphase war atemberaubend. Das war ja auch, ich hatte Live-Schalten. Ich hatte die ganze Zeit den Techniker am Ohr. Also da immer wieder reingenommen worden in die Sendung. Und das ist ein Spiel, wie man es sich wünscht als Live-Reporter. Das ist ja unglaublich dankbar. Man muss sich noch nicht mal was aus den Fingern ziehen. Nee, man kommt immer wieder rein. Selbst mehr schalten, als dann eigentlich vorgesehen sind. Und das macht dann auch Spaß in der Live-Sendung. Und das war auch einfach eine wahnsinnig zweite Halbzeit. Also aus meiner Sicht hat Wallon ja während 52 Minuten wirklich alles richtig gemacht. Und dann sind sie quasi überrannt worden. Was haben sie denn dann falsch gemacht für dich nach der 52. Spielminute? Ich glaube zuerst mal nicht wirklich was. Die beiden Tore, die sie sich dann fangen, das erste ist so ein typisches Gestochere im Strafraum. Das kann halt mal passieren. Und das zweite, dem ging ja offensichtlich ein Handspiel voraus. Zumindest haben das alle Wallholer, mit denen ich gesprochen habe, so gesagt. Aus unserer Sicht stand da der Abwehrspieler im Weg. Also wir haben es nicht gesehen. Aber ja, das muss man sich dann nicht fangen. Also beim 2-2 ist effektiv ein individueller Fehler. Und danach waren sie einfach überfordernd mit der Geschwindigkeit, die Eupen auf den Platz gebracht hat. Vor allem mit Alessio Kraft, der sie da ein ums andere Mal auf der Seite einfach überrannt hat. Und dann haben sie dann auch angefangen, individuelle Fehler zu machen. Auch defensiv nicht richtig zu stehen. Da waren ja von den fünf Toren mindestens zwei. Ich glaube einmal das von Genan und eins von Dodo Salimou, wo sie wirklich in der Mitte allein stehen und nur noch einschieben müssen. Ja, das ist dann auch Stellungsfehler. Aber das kann dann auch der Geschwindigkeit geschuldet sein, dass wenn der Außenverteidiger schon mal per See überlaufen wird und einer der Innenverteidiger rausrücken muss, dann sind da natürlich Lücken da. Und um die dann noch zuzulaufen nach 60, 70 Minuten, nachdem man vorher so viel Laufarbeit investiert hat, um die Eupener aus dem Spiel zu nehmen in der ersten Halbzeit. Ja, das ist dann auch schwierig. Also war der Turning Point gestern die Einwechslung von Alessio Kraft? So kann man das ausdrücken. Ja, also das war auf jeden Fall schon ein krasser Vorteil, den sie danach hatten. Ich meine, obwohl ja nach seiner Einwechslung sogar dann noch das 0 zu 2 gefallen ist. Aber es ist dann eben so, dass dieses, vor allen Dingen auch dieses erste Tor für den FC Eupen, das war wirklich der Dosenöffner für das, was wir dann danach in dieser Schlussphase erlebt haben. Es ist halt, wie meistens beim FC Eupen, es fehlt dann immer dieses erste Tor. Sobald das gefallen ist, dann fängt die Maschine an zu laufen. Und das haben wir gestern auch wieder gesehen. Dann stand es auf einmal auch ganz schnell 2 zu 2. Ja, dann wurde dann wieder so ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Aber dann merkten sie, okay, wir können hier noch mehr holen als nur den einen Punkt. Ja gut, und dann fiel das 3-2, das 4-2, das 5-2. Das war dann so typisch der FC Eupen. Wie gesagt, die Maschine ist einmal am Rollen, dann kommt sie gar nicht mehr zum Stehen. Und ein Alessio Kraft war dann nun mal auch der, der diese Maschine dann auch die komplette Schlussphase überangetrieben hat. Ja, der da wirklich sehr, sehr viel Arbeit geleistet hat und auch einen sehr großen Anteil daran hatte, dass der FC Eupen dann in der zweiten Halbzeit dann noch insgesamt 5 Tore geschossen hat. Aber was ich dann auch gut fand, Wallern hat es zumindest versucht, dann noch irgendwie dagegen zu halten. Ich meine, sie haben am Ende dann noch den Elfmeter bekommen, auf 5 zu 3 gestellt. Ja, das war dann natürlich auch so eine Sache. Sie haben es aber nicht aufgegeben. Und das war dann am Ende aber ein sehr wichtiger Sieg für den FC Eupen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wenn sie die Aufstiegsrunde noch bestreiten wollen in der zweiten Provinz, dass sie das drei Punkte waren, die sie absolut holen mussten. Ja gut, und nach 52 Minuten muss man vorne rein natürlich sagen, da sah es eigentlich nicht danach aus, dass sie die drei Punkte holten. Deswegen, aber das war wie gesagt eine Stoßphase. Ich habe selten sowas erlebt. Es war, wie Christoph gesagt hat, atemberaubend. Ja, das ist ja wirklich nach 52 Minuten, wenn man mich da nach dem Spieler des Spiels gefragt hätte, Abduela Wadi, der hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Der hat da auch echt teilweise die Eupener Abwehr alleine vernascht. Das ist natürlich auch eher auf Kunstrasen, das ist ja eine Augenweide. Er hatte dann eine Situation in der 17. Minute, da hätte er eigentlich schon mal das 1-0 machen können. Dann macht er aber in der 40. Minute auf jeden Fall oder 39. ist 1-0. Macht dann auch direkt nach der Pause. Genau dann, als man dachte, Eupen ist jetzt wieder da, weil die sind wirklich aus der Pause gekommen. Das war eine komplett andere Mannschaft als in der ersten Halbzeit. Aber genau in die Phase hinein trifft er halt noch. Und das war aber auch der Moment, wo man gemerkt hat, das ist nicht so das Eupen der letzten Wochen. Nee, der Druck ist einfach da geblieben. Also da war gar kein Leistungsabfall. Die schienen gar nicht verunsichert zu sein und haben ab da einfach mit einer Macht nach vorne gedrängt, wo man sich fragt, wieso sie nicht häufiger Spiele derart auseinandernehmen können. Jetzt war es bei mir so, dass quasi nur vor und nach dem Spiel so ein bisschen Stimmung aufgekommen ist in St. Viert vor dem Spiel, weil halt der Karneval da war in St. Viert. Da hat der Prinz Ronny den Anstoß gemacht. Ronny Pip, der ja auch vorher mal bei St. Viert gespielt hat. Quasi RFC-Legende. Und nach dem Spiel war dann natürlich bei Rocherath die Stimmung. Die Ultras Rocherath haben da ein bisschen Pyro gezündet und dann ordentlich Tam-Tam gemacht. Wie war das denn bei euch? War auch in Eupen der Prinz Karneval dabei? Der Prinz Karneval war abwesend, aber die Stimmung war schon irgendwo vorhanden. Also es war so, dass man in der ersten Halbzeit merkte man das noch nicht so wirklich. Also klar, die Waller noch merkten, okay, da war was drin. Die waren natürlich sehr euphorisiert. Auch dann eigentlich, bis dass sie dann irgendwann merkten, okay, solange sie in Führung standen, war das wirklich eine super Stimmung. Was dann die Heilmannschaft betrifft, den FC Eupen, also für mich war das so dieses 3-2. Als das 3-2 fiel, also da kannte es wirklich kein Halten mehr. An der Judenstraße, das war wirklich unfassbar. Selbst Trainer Mario Kuhn, der ja da auf das halbe Feld dann springt. Also das war wirklich, da merkte man okay. Und da wusste man auch, der FC Eupen, das ist genau das, was sie in dem Moment gebraucht hatten. Das war diese Führung, einmal in Führung gegangen und dann, das war, danach war es wirklich, also das war eine Stimmung. Das war wirklich super. Also es war ein Derby zum Genießen. Das war auch aus meiner Sicht und das meinte Mario auch nachher im Interview, das ist ein richtig wertvoller Sieg. Wenn du das Spiel jetzt nach 90 Mauen Minuten 1-0 gewinnst, klar, du hast das Ergebnis, aber was nimmst du aus dem Spiel mit? Du hast nicht gut gespielt, du triffst dann halt irgendwann und hast drei Punkte, aber das war es dann auch schon. Aber aus so einem Spiel, wo du schon 2-0 hinten standest, wo es auch in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist und wo du es dann schaffst, die Moral hochzuhalten und dann richtig nochmal in das Spiel zurückzufinden, das sind die Spiele, da kannst du auch eine Serie draus ausbauen. Das ist wirklich so, das kann Dosenöffner für den Rest der Saison gewesen sein. Aber bist du denn nicht den Technikern und den anderen vom BRF so ein bisschen auf den Geist gegangen? Weil ich kann mir vorstellen, da konnte ja kein Bericht mal beendet werden, ohne dass es wieder hieß, Tor aus Olpen. Bericht war in dem Fall kein Problem. Es lief die meiste Zeit Platten. Irgendwann meinte Werner auch in der Live-Sendung, wir können ja gar keine Platten mehr abspielen, aber ich glaube, das ist ja das Schöne an der Live-Sendung. Das ist ja auch das, was die erste Stunde vom Sporttreff dann auszeichnet, dass wir da eben immer reingehen können, weil wir da auch nicht wirklich Beiträge rauszimmern. Ja, und ein Grund dafür, dass du so oft on-air warst, waren eben die Comeback-Qualitäten des FC Olpen und die waren natürlich herausragend. Genau diese Comeback-Qualitäten versuche ich ja auch im Tippspiel an den Tag zu bringen und ich würde sagen, damit kommen wir zum Tippspiel. Was eine Überleitung. Aber da wir jetzt zum Tippspiel kommen, dann verabschiede ich mich mal, das ist für mich viel zu frustrierend. Ja, denn das Tippspiel, ich habe in beiden Spielen vom Sonntagnachmittag gepunktet, auch wenn jeweils nur mit einmal, aber ich habe sowohl auf einen Sieg für Rocherath als auch einen Sieg für den FC Olpen gezippt und hatte damit zweimal recht, aber ja gut, Tim hatte dann schon mal vorgelegt, am Donnerstag hatte da ja zwei Punkte geholt, äh, ein Punkt geholt, Entschuldigung, Tim hatte ja vorgelegt, hat ein Punkt geholt, am Donnerstag aber, ja gut, den Vogel abgeschlossen hat natürlich unser Herbstmeister, Christoph, er hat nämlich 5 zu 3 getippt für den FC Olpen, das ist dann auch in der 90. Minute wahr geworden durch den Elfmeter, den Benoit Laschet versenkt hat und da können Sie sich vorstellen, da hat an der Judenstraße nicht nur die Sonne gestrahlt, sondern auch Christoph Heren, genau wie jetzt im Studio und damit hat er die Führung weiter ausgebaut. Ja, ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, heute übermann zu werden von Tim, der das ja auch letzte Woche schön angesagt hatte, Donnerstag habe ich dann schon ein bisschen bin ich ins Schwitzen geraten und auch nach, ja eben nach der ersten Halbzeit, als es 0 zu 1 stand, da hatten wir beide gedacht, dass das mit dem Tipp vielleicht nicht die beste Idee gewesen wäre, aber dann, als die Tore einmal anfingen zu fallen, da hatte ich es im Urin, da wusste ich, der Benoit, der schafft mir da noch den Anschlusstreffer und dann stimmt das Ergebnis auch so, wie ich es vorher gesagt habe. Und du hast ihn dann ja auch noch mit einem Interview belohnt, ich meine, was gibt es Besseres, als von dir interviewt zu werden, ne? Genau, was gibt es Besseres, als interviewt zu werden nach einer Niederlage, da hat er sich ganz bestimmt gefreut. Ja, Christoph, du kannst ja mal den Tim interviewen, wie es ist, dass der Rückstand noch größer geworden ist im Tippspiel, freut er sich bestimmt. Ich war ja auch nah dran, ich meine, es hat ja ganze 39 Minuten lang 0 zu 0 gestanden, das ist ein Teilerfolg. Ja gut, da tippe ich ab jetzt immer 0 zu 0, da hast du ja immer einen Teilerfolg. Ich habe nur eine Frage, was ist jetzt dein Plan für den Rest der Saison, was nimmst du aus diesem Spieltag mit, was sind so die Erfahrungswerte, die du jetzt in den Rest der Saison mitnehmen kannst, dass ich vielleicht doch manchmal richtig liege, oder? Nächste Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die Tim nicht beantworten kann. Also ich sage mal so, wenn ich Erfahrung hätte mit erfolgreichem Tippen, dann könnte ich sagen, dass es irgendwann kommt. Weißt du, wie man immer sagt, schönes Spiel, dann kommen die Ergebnisse von allein, aber ich habe halt keine Erfahrung mit gutem Tippen. Also sei es jetzt Bundesliga tippen oder WM oder EM oder halt eben P3, dann ist gleichermaßen schlecht. Wir haben uns ja was einfallen lassen für Tim, damit er endlich wieder in die richtige Tippform kommt und zwar schicken wir ihn nächstes Wochenende auf eine Kur, denn es ist ja spielfrei aufgrund von Prinz Karneval und Tim wird sich dann an den Karnevalstagen mal spirituell besinnen, um für den Rest der Saison gewappnet zu sein im Tippspiel. Mit Karnevalsmusik oder was? Ja, ob es dann die Musik oder der Alkohol ist, das ist dann deine Entscheidung. Auf jeden Fall hoffen wir für ihn das Beste, damit er gestärkt aus der Karnevalswoche zurückkommt und zum Endspurt ansetzt. Aber ich finde es schon peinlich, wenn einer, der seit Anfang der Saison ganz hinten liegt, mir Tipps gibt, wie ich besser tippe. Eigentlich wollte ich euch ja ins Trainingslager auf Teneriffa schicken, aber da waren die finanziellen Mittel leider nicht vorhanden. Du hast ja nur so viel Geld wie Punkte. Ja, weil wofür stehen denn die 34 denn? Ja, davor steht ein C. Was ist denn C? Cent. Ich habe 22 Millionen. Marvin hat Millionen. Was habe ich denn? Tausend. Ja, okay, stimmt. Ja, willst du Marvin oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ist ganz einfach. Ich würde sagen, mit diesen Worten beschließen wir die heutige Sendung und ja, drücken Tim Innigs die Daumen fürs Tippspiel. Wünschen euch alle... Hast du gesagt innig oder eh nicht? Nein, innig. Ah, okay. Die Daumen fürs Tippspiel und wünschen euch alle mal ein schönes Karnevalswochenende, so wie wir uns das auch wünschen und sagen in dem Fall Tschüss, Allah und bis dann. Bis dann, viel Spaß und treib's nicht so wild. In zwei Wochen am Feld sehen wir uns dann wieder.